Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Dienstag, 1. Oktober. Das Wort zum Tag steht heute in Jesaja 46, Vers 4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten. Das Thema Älterwerden ist so wichtig, dass die UNO ihm Ende 1990 einen besonderen Tag gewidmet hat. Am 1. Oktober jeweils ist der International Day of Older Persons, der weltweite Tag der älteren Menschen. Da die Weltbevölkerung statistisch immer älter wird und die Menschen erfreulicherweise immer länger leben, sind der Umgang mit älteren Menschen und ihre Teilhabe am sozialen Leben sowie das Einbringen ihres Potenzials zu immer stärker beachteten Themen geworden. Zahlreiche Autoren haben sich inzwischen mehr oder weniger ernst oder anekdotenhaft mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Eine geniale Bearbeitung des Themas ist der deutsch-österreichische Film »Die Spätzünder«, in dem Rocco, ein zum Sozialdienst im Seniorenheim verdonnerter Sträfling von Jan Josef Liefers gespielt, mit seiner Oldie-Band »Rocco und die Herzschrittmacher« den ersten Preis eines Musikwettbewerbs gewinnt. Da die Heimleitung den Bewohnern absolute Ruhe und ein ereignisarmes, freudloses Dasein verordnet hat, müssen die betagten Musiker und Musikerinnen heimlich im Keller proben, was sie nicht daran hindert, mit einem Riesenspaß bei der Sache zu sein und ihr volles Potenzial zu entfalten. »Alt werden ist nichts für Feiglinge«, betitelte Joachim Fuchsberger seine Autobiografie. Sicherlich hat er recht, wobei die wahre Herausforderung am Älterwerden wohl in erster Linie darin besteht, sich der eigenen Defizite und körperlichen Schwächen nicht zu schämen und einen neuen, andersartigen Lebensabschnitt zu akzeptieren. Das gelingt so manchen nach ihrem aktiven Berufsleben leider nicht. Die Bejahung dieses neuen Lebensabschnittes kann völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten eröffnen, vielleicht auch noch einmal einen Neuanfang in einem anderen Umfeld unter veränderten Bedingungen. Das kann spannend und herausfordernd sein, aber man braucht Mut dazu. Eine Konstante bleibt jedoch. Unser Gott, der uns ein ganzes Leben begleitet, bis in die Ewigkeit. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen. Das gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Und wir alle können auch heute völlig gelassen mit unserem Älterwerden umgehen und uns auf Neues einlassen. Heide Marie Klingeberg Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020